Wir stehen jetzt hier an der gedroschenen Fläche. Eben an ist eine Stilllegung und da habe ich schon öfters Rewe drin gesehen. Ich kann es nicht genau sagen, welchen Bock wir da drin haben, aber versuchen wir jetzt gleich mal zu blatten, einen Augenblick Ruhe noch mal rein zu bringen und da werde ich mal ein bisschen gucken, ob was rauskommt oder nicht. Ist der Windstil eigentlich passend? Wir haben ein bisschen geblattet, wir haben auch einen Bock und eine Ricke vorgehabt, ganz kurz, zweimal. Der Bock hat die Ricke getrieben, also die Blattzeit ist in Gang, das konnten wir sehen, aber sie haben irgendwie nicht aufs Platten reagiert. Ja, schade. Jetzt werden wir noch, bevor es jetzt dunkel wird, noch mal schnell mal eine andere Stelle probieren und da gucken, ob wir Glück haben.